Warum Orthopädie und Unfallchirurgie? Was auch erfüllend ist, ist, dass viele Patienten nach jahrelangen Schmerzen zurück nach einer Operation in den Alltag kehren mit neuer Lebensqualität und erfüllender Dankbarkeit. Und das ist genau das große Plus für diese Fachrichtung, dass man es nur selten mit Tod und Sterben zu tun hat, sondern mit diesen erfüllenden Erfolgserlebnissen, mit Dankbarkeit und mit Wertschätzung, die seitens der Patienten entgegengebracht werden. Vielen Dank.